Das fängt ja toll an. Könnte ich rausschneiden, tue ich nicht. Ja, also herzlich willkommen zur Runde Sims 2. Unsere nette Damen des Hauses ist schwanger. Es hat geklappt. Das ist ein Stinktier. Das will auch hier nicht bleiben. Das ist sehr unsympathisch. Aber der Schnee ist weg, sehr gut. Hast du da gesehen? Du bist einfach reingegangen. Oh, komm, Joko, wir sind wertschätzen. So, komm, hier. Verwundern, hopp. Verwunder sie mal. Und da, noch ein bisschen flirten, ne? Streicheln. So, vierten. Hähnchen halten. So, was haben wir denn noch? Streicheln, überreden. Baby. Bauchstreichen. So, noch mal Baby. Bauchreden noch ein bisschen. Das ist ein Zilfonat. Was ist wichtig, was? Umarmen, romantisch. So, jetzt erzählen wir mal ein bisschen. Was ist denn das für ein Anruf? Abheben. So, okay. Das haben wir. Ja, Jockel. Kann ich nicht mehr sprechen? Ähm, ja. Gerne. Entschuldigung. So, ja. Und dann, da liegt es auf. Ne, egal. Wir haben hier, äh, verdorbenes. Abschied. So. Seekerhaft. So, wir sind jetzt in den Bedürfnissen. Checken wir mal. Hunger hat er ein bisschen. Hand dran. Gut, geht das mal auf Toilette so benutzen. So. Nö, Hände waschen natürlich. So. So, was haben wir denn? Energie. Wir haben Energieprobleme. Mhm. Hunger hat er aber auch. So. Mhm. Dann ein Snackknapp und Süßigkeit. Mittagessen, Abendessen servieren. Mittagessen servieren. Mittagessen servieren. Mittagessen kann er servieren. Mittagessen servieren. Fertiggerät. Sandwiches. So. Ach, wie wir Baden gehen. Kannst du gleich. Acht. Acht. Okay. Scheint nicht zu schnell. Oh, da pufe ich es wieder da. Hauptserve. Okay, Tschüss. So. Wir brauchen. Haben wir genug Geld? Wir haben Geld. Dann können wir in die Etage höher gehen. Gucken, wie machen wir es jetzt? Wie müssen wir hier ein? Wo packen wir es mehr? Sinnigerweise natürlich. Wir brauchen das mal drehen. Sinnigerweise natürlich. Ups. Packen wir die Bibel in Richtung hier hin. Mhm. Ne? Weil die Idee so. Wir haben so raumtechnisch auch gar keine andere Möglichkeit. Und das macht auch einfach Sinn hier hin. Packen wir mal schauen. Was wir denn haben? Ein schönes Kinderbettchen. Das muss man gut aussehen. Da ich nicht weiß, was es wird. Machen wir natürlich neutral, ne? Ist das neutral genug? Ja. Der sieht schon mal ganz schick aus. Das kann man schon mal hinstellen. Dann brauchen wir noch ein Wickeltisch. Wollen wir mal machen? Hey. So. Ein Wickeltisch. Wäre jetzt auch nicht ganz verkehrt. Echt? Ja, genau. Oh. Der passt nicht hin. Dann kommen wir in Kollisionen in den Schlafzimmer. Ach Schat. Wie machen wir das? So. So. Da haben wir so ungenutzte Eck. Aber hier bei Sims 2 muss man leider so arbeiten. Weil wir das da ran schieben, geht das nicht. Und wenn wir Tastman schieben, ist das auch scheiße. Geht's auch nicht. Okay. Dann können wir da ein bisschen Deku hinstellen. Was stellen wir in der Satz Deku hin? Hm. Ja, auf jeden Fall. Uh. Der Stuhl ist falsch rum. So. Ähm. Zumal zu essen wir hier unten. Also kommt hier unten. Wie geht das überhaupt? Zum Moment. Ich hoffe, das geht. Ein bisschen durchgehen haben sie theoretisch. Okay. Wir gucken, wie wir die Aufnahme jetzt machen. Was ist das? Wozu ist es gut? Freeway-Studler-Clear-Dash. Ja. Zum Reinigen. Wasch ne? Hä? Ne. Was ist das? Oh. Ein Kaufmannsladen. Okay. Also Puppenstube. Okay, das kann man alles. Töpfchen, ja. Jupp. Das brauchen wir eigentlich sehr später eigentlich. Moment. Wo tun wir es denn? Ähm. Ja, mit so weiter. Machen wir hier schon mal. So. Erstmal haben wir es. Ich glaube, wir sind ausgestattet erstmal soweit. Okay. Ich hab noch irgendwas vergessen. Ich hab noch irgendwas vergessen. Spielzeugkässe. Gut, das können wir alles. Das können wir später holen. Was ist das hier? Automatische Robo von was? Was kann der? Wenn du dachtest, Galactico machen nur Lampen, hast du dich aber geirrt. Denn... Oh, warte. Es ist schon gar nicht. Hallo. Ich will es lesen. Wo ist denn das hier? Da ist es. Wo ist stehen geblieben? Denn Hauptartikel der Ist das nicht Wahnsinn? Produktreihe für Kinder ist der Automorobo. Das ist komisch geschrieben. Das kann sein, dass es eine komische Übersetzung ist. Dann lese ich einfach komisch. Ist das nicht Wahnsinn? Produktreihe für Kinder ist der Automorobo. Ist das ein Roboter? Nicht wirklich. Aber ist er voller Spielzeug? Oh ja. Das ist er. Da ist Spielspaß garantiert. Rostet nicht und schmiedet auch keine Pläne gegen dich. Ah ja. Das ist ja beruhigend zu wissen. Okay, was haben wir noch? Oh, das ist ja süß. Hotpferdchen. Das ist später interessant, ne? Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Was ist das? Spielzeugkiste? Okay, Spielzeugkiste. Die Toilette haben wir schon. Na gut. Wir haben jetzt was. Was haben wir alles? Gut, dann gehen wir wieder zurück. Ich spiele erstmal so weit. Zack. So, er macht schon mal das Mittagessen klar. Wer das dann gemacht hat, kann er das hier recyceln. So. Beschleunigen mal, dann hast du ja schon zu weit. So, erstmal essen. Beschleunigen mal. Sehr, 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 sehr. Dann aufräumen. Wie ist es bei ihr aus? Sie hat auch noch Hunger. Sie sollte dann... Auch wenn sie fertig ist. Ja, genau. Aufräumen. Und dann nochmal einen Teller nehmen. So. 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 Da haben wir das. Dann haben wir dann die beiden. So. Nina. Und Jockisch. Alles klar. Oh, der liest Freunde an unserer Zeitung. Ist das die Möglichkeit? Äh, wie viele Wörter? So. Okay. Sie hat nochmal einen Teller abgewaschen. Sie hat mal extrem viel Hunger. Sie hat nochmal einen Teller. Genau. Sollte sie auch tun. Sie hat einen extrem Hunger. Sie muss ja auch für zwei essen. Das ist ja auch klar. Okay. Heute nicht arbeiten? Was? Sie ist arbeitsfrei, oder wie? Ähm. Was steht das hier irgendwo? Lehrhilfe. Von 8 bis... Urlaubstage 2. Achso. Okay. Achso. So, so Wochenende hat sie frei. Hat er auch frei? Er hat auch frei. Okay. Das passt ja gut. Beide haben am Wochenende frei. Ist ja cool. Ist ja cool. Das ist schön. Die unterhalten sich schön. Mhm. Das ist irgendwie ganz schwebende Kamera. Dann kann man irgendwie die Position, die Sichtposition ändern. Nö. Ne. Wupp-wupp. Also, Foto. Okay, super. Oh Mann, so müde, was soll denn das? Der Jahreswechsel ist noch nicht so richtig überliebt. So, was macht der? Geht jetzt hoch? Nein, erstmal aufräumen. Abspülen, 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 abspülen. Was ist denn los? Weißt du jetzt unbedingt nach oben schlafen? Bist du schon so müde? Gucken wir mal schnell. Ja, Energie ist scheiße. Geht immer hoch. Und dann entspann dich erstmal ein bisschen. Dann kann man noch ein bisschen kuscheln. Wie ist wie hier aus? Ja, immer noch Hunger. Auch mal ein bisschen entspannen. Danach, wenn sie fertig ist. Ein bisschen beide noch ein bisschen kuscheln. Muss sein. Ja, ein bisschen kuscheln ist immer schön. Das muss ja nicht mal wilder Sex sein. Ja, einfach kuscheln. Ja. Komm. Komm hier. Siehst du wohl. Oh, schön. Wen habe ich jetzt an? Die habe ich an. Kann ich noch nicht. Kann ich noch nicht. Aber noch nicht. Keine Aktion. Kann ich keine Aktion machen. Warum nicht? Jetzt. Kuscheln. So. Okay. Siehst du wohl. Ist das schön. Küsschen. Küsschen. Umschmusen. Siehst du wohl. Das ist auch einfach wichtig. So. Ach komm. Moment. Ich möchte hier nochmal ein bisschen. Komm. Ein bisschen Spaß muss sein. So. Schön. Ein bisschen leichter bin ich jetzt allerdings. Ich sitze hier von Scheißkopf wieder und die haben es so schön. Ach. Und glaube ich. Das Bett ist noch leer. Mal gucken wie lange. Schön. Okay. So. Schön. Tja. Und ich denke jetzt auch ein guter Punkt wo wir dann auch Schluss machen für heute. Und vorhin nicht so lang ist. Das ist ein bisschen überschaubar alles. Hopp. Wollen wir hier Pause. Alles klar. Ja. Habt euch wohl. Und mal schauen ob bei der nächsten Folge. Ähm. Das Bett hier wieder Licht wird. Schauen wir mal. Und sie hat die Augen noch nicht so weit. Mann. Sie soll noch schlafen. So. Augen zu Mädchen. Gute Nacht. Ja. Der schlaft. Schlaft schön. So. Schlafen nicht. Alles klar. Ja. Dann habt euch wohl. Und wenn ihr das dann auch zu später Stunde gerade geguckt habt. Dann wünscht ihr euch auch natürlich eine gute Nacht. Oder? Ja. Jemand einen guten Tag. Wie auch immer. Alles klar. An dieser Stelle. Speichern wir erstmal. So. Speichern. 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 Egal. Prüfen wir die Tasse drücken. F12. So. Ciao. Bis dann. Euer Jockel. So.